Hallihallöchen, willkommen bei HerthaGeg, Freunde. Ja, ich hatte es ja letzt mal angedeutet, es kommt bestimmt noch ein Stürmer und es ist so, es ist so, Fabian Rehse kommt im Sommer leider erst und wird Herr Tarner. Ja, über was reden wir noch? Über Björk Hahn, wie er den Verein verlässt und dann habe ich noch das Thema Kevin Prince Boateng. Könnte vielleicht Freddys Job übernehmen? Ja, über die drei Dinge will ich hier mal reden. Also nicht ganz unspannend, würde ich sagen. Aber als erstes fangen wir mal an. Er kam, sah und siegte nicht. Also so würde ich das mal nennen, mit dem guten Frederik Björk Hahn, ja, der Linksverteidiger, der nie eine Chance bekam. So nenne ich das mal. Es war noch aus der Ära Korkut, glaube ich, wo er geholt wurde. Und man verhoffte, nee, Quatsch, man erhoffte sich, einen kleinen Juwel vielleicht aus Norwegen zu bekommen, der immerhin von 2013 bis 2021 aktiv war und, soweit ich das weiß, zweimal auch die Meisterschaft in Norwegen geholt hat. Ja, er war damit bei, war aktiv und, hm, hörte sich ja erstmal ganz nice an. Er spielte, glaube ich, bei uns, ja, wie oft war er aufgelaufen? Ich glaube, so zehnmal und dann war es das schon. Dann war es das schon. Dann hieß es im Sommer Adios, mal eine Runde verleihen, ja, eine Ausleihe nach Holland zu Feyenoord Rotterdam. Aber da kam er nur zu einem Spiel, Leute, ein Spiel, und spielte, um dabei zu bleiben, die zweite Geige, beziehungsweise vielleicht gar keine Geige. Vielleicht war er da sofort schon durchgefallen. Um guter Letzt wieder im Gespräch mit dem Freddy ihn zurückzugeben. Ja, es ist auch mal interessant, sowas zu hören, also so nah bei uns im Verein. Man hat ja immer kleine, ja, Erfolgsgeschichten, eine Karriere, die startet, dann vielleicht erst später nicht gut weitergeht, aber erstmal da ist. Aber bei ihm, wie gesagt, ich komme nochmal zurück. Er kam, sah und siegte nicht. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, war das nötig, ihn zu holen? Was ist da für ein Scouting gewesen? Wurde da geschlafen? Hat man den Jungen nicht richtig einschätzen können? Ist er nie in der Bundesliga angekommen? Ja, also es war auch irgendwie gar nicht möglich. Ich denke mal, ihr könnt mir da folgen und mich auch da in meiner Meinung unterstützen. Der hatte auf dem Platz bei Hertha ja keine große Chance gekriegt. Also er wurde immer nur eingewechselt. Aus meiner Sicht, dass das schon im Training ein Defizit da war, was man schnell sah und überhaupt nicht jetzt für die erste Reihe für die Startelf in Frage kam. Er wurde, glaube ich, eingewechselt, wenn Not am Mann war. Aber dann hat er eben die Chance auch nie beim Schopfe gepackt und durchgestartet. Ja, sehr schade, sehr schade. Aber naja, alle Jute hier, ja, auf diesem Wege. Er geht ja wieder zum FK Bode Glimmt oder Bode Glimmt. Keine Ahnung, ich kann das nicht so aussprechen. Das ist ein durchgestrichenes O am Ende. Wieder zurück. Ja, also wieder zurück zu den Vereinen, wo er ausgebildet wurde und auch, ja, dachte, von hier aus startet dann meine Karriere Richtung Deutschland. Aber ging ja nicht mal in Holland weiter. Also, naja, 24 ist er, bisschen Chancen räume ich ihm noch ein. Aber naja, vielleicht wurde er, vielleicht wurde ihm doch zu viel Positives nachgesagt, was dann wirklich nicht da war. Und der Junge war überfordert. Na ja, ein Fehlkauf. Aber er ist jetzt weg. Er ist von unserer Gehaltsliste dann runter. Und das zählt er dann letztendlich auch. Trotzdem alles Gute weiterhin. Dann eine positive Verpflichtung. Ich hatte es ja schon in einem Video ausführlich beschrieben. Da hieß es bloß noch eigentlich, wann kommt er. Ich habe mit ihm im Winter schon gerechnet. Ich dachte, er verstärkt uns schon im Winter. Der gute Fabian Rehse von Wolstein Kiel, ja, von den Störchen. Und naja, jetzt wurde man sich einigt. Sein Vertrag ist ja im Sommer dann auch ausgelaufen. Ablösefrei bedeutet das für uns. Und dann kommt er auch erst. Dann kommt er erst. Auch, also schade, weil Selke ist weg. Niederlechner kommt ja auch erst im Sommer. Also kommen im Sommer zwei Stürmer. Ja. Und da kann man jetzt nur hoffen, dass wir im Rückrunden-Modus, sag ich jetzt mal so, nicht große Verletzungen haben. Ja, weil, naja, Kanga, Yuke, der ja aber nicht trifft. Ich bitte jetzt Yuke nicht. So, hm. Das wäre so der Vorbereiter. Für mich auch mehr das offensive Mittelfeld. Der Dribbler. Aber Luke Bakio, ne, und so. Da darf er nicht viel anbrennen. Vor allem, was ich auch mutig finde, wir sind ja noch nicht so ganz sattelfest und machen hier schon zwei Stürmer für die Saison klar. Na gut. Ja, wir sind positiv gestimmt. Freunde, die Saison werden wir nicht mit dem Abstieg zu tun haben. Sag ich mal jetzt so ganz frech raus. Aus dem Bauch, ja. Und dann ist das halt schon gut. Aber er kommt erst im Sommer. Laut Bild waren acht Vereine an ihm dran. Muss man mal sagen. Also das ist echt gut, dass wir dann das Rennen gemacht haben. Nämlich außer wir, die gute Hertha, die alte Dame hier aus Berlin, haben sich nämlich noch der FC Augsburg, er ist der FC Köln, Schalke 04 und auch zumindest so ein bisschen mitgemischt haben soll der VfL Wolfsburg. Es ist ganz interessant, gerade so Augsburg und Köln, ja. Die immer wieder mit uns so im Suchmodus sind, ja. Ich meine hier Augsburg, da holen wir den Niederlechner, ja. Und Köln geht der Davy Selkin, ja. Also das ist alles so die unteren Ränge, die sich verstärken wollen. Auch Schalke 04. Ja, die brauchen auch noch eine richtige Spritze. Dazu kommen jetzt auch noch hier die Prager Klubs, ja. Sparta und Slavia. Die wollten auch den Rese haben. Dachten sich, naja. Der junge performt cool. Why not? Auch zweite Bundesliga ist stark. Also ich weiß nicht, ob die stärker ist als die Slowakische. Ich sag einfach mal, natürlich. Und da kann man ja auch mal einen holen, ne. Aus Deutschland. Zweite Bundesliga. Also zweite, ja. Zweite Bundesliga. Außerdem Italien fand ihn auch nice. US Gremonese und US Leche. Ich, äh Leche. Also im Spanischen wäre das so viel Leche, aber das ist ja die Milch. Ich weiß nicht, im Italienischen Leche oder Leche. Ich kann kein Italienisch, aber naja. US Leche, sag ich mal. Die wollten auch Interesse anmelden. Oder hatten Interesse und wollten ihn haben. Das ist jetzt ja auch nicht ganz mehr schlüssig. Das kann man im Nachhinein ja auch nur teilweise erahnen. Und wenn die Bild das sagt, naja. Dann ist das natürlich in Stein gemeißelt. Nee, aber kann sein. Jedenfalls viele, viele Vereine und wir haben ihn. Das ist schon mal was ganz Positives, Leute, oder? Er hat ja in der ablaufenden, äh, Quatsch, in der absolvierten, ich, äh, ablaufen, ja. Meine Nase ist ablaufen. Ich hab übrigens, äh, by the way, kurz mal einen Schnitt hier. Immer noch Erkältung, Freunde. Also irgendwie soll ja Thymian-Tee, äh, helfen. Habe ich jetzt ja, äh, hat ja einer so da drunter geschrieben. Vielleicht mal austesten. Schmeckt bestimmt nicht so nett, aber kann helfen. Ja, aber in meinem Bekanntenkreis wirklich, also da liegt ja alles flach. Ich weiß auch nicht. Also ich bin ja der Meinung, das ist so ein Grippe-Corona-Mischvirus. Der ja auch nicht mehr so richtig, ähm, auszutesten ist mit diesem Schnelltest, ja. Er hat sich, äh, so dermaßen verändert. Und, naja. Und jetzt hat sich das irgendwie so gebildet, weil es ist irgendwie sehr komisch, wie sich das anfühlt. Teilweise sagt mir jeder, den ich, den ich kenne, ja. Also, und jeder kriegt auch unterschiedlich. Aber es wurde ja eh Zeit, dass das, äh, durch, durch die Gesellschaft, äh, durchfleuscht. Auch dann ohne Masken und da müssen wir halt diesen Winter durch. Aber es ist schon nicht ohne. So, Schnittende. Äh, absolvierte laufende Saison, der gute Rehse, ja. 17 Spiele, 5 Tore, 4 Vorlagen. Ja. Guter Schnitt. Und, äh, ja. Er gehörte damit, äh, zum zweitbesten Kieler Scorer. Ich meine, er kann ja jetzt noch bis zu Saisonende richtig noch knipsen. Januar 2020 war er 100.000 Euro wert von Schalke dann zu Kiel und hatte 102 Einsätze. Ja. Elf Tore, 24 Assists. Hm. Mittelwert. Aber auch kein schlechter. Ich meine, für mich zählt ja immer das, was jetzt gerade so passiert. Und da sieht's ja bei ihm gut aus. Ja. Dann konnte er seinen Marktwert in dieser Saison, innerhalb dieser Saison, muss ich echt betonen, von einer Million auf 1,7 steigern. Und das ist ja auch sehr geil. Okay. Und er ist damit, äh, der höchste Marktwertspieler, Marktwertspieler, okay. Beim, ähm, KSV-Kader. Kieler Sportverband. Ja. Hm. Gut. Und den kriegen wir. Ja. Also, ähm, er ist jung. Er ist, ähm, sehr flink unterwegs. Er kann auch zur Seite ausweichen. Es muss nicht unbedingt jetzt ein Stoßstürmer sein. Und, ähm, ja. Viele wollten ihn haben. Wir haben ihn, haben quasi ein Juwel aus der zweiten geholt, was ich gut finde. Er ist noch so ein bisschen, ja, er ist noch ausbaufähig. Unter Schwarz kann er vielleicht noch mehr abrufen. Sein, äh, ganzes Potenzial, ähm, noch steigern. Und irgendwie da auch glänzend brillieren und in Berlin sich nah machen. Und ich finde es mal gut, weil so Jungs, die von unten kommen, dann vielleicht auch dieses, ähm, ja, Siegergehen, ähm, haben wollen. Und, ähm, Siegergehen, teils in sich tragen, wenn sie aus der zweiten kommen, erfolgreich sind. Und nicht so verwöhnt, ja, so, so, so müde. Ja, finde ich gut. Und, äh, er hat seine Chance jetzt hier in der ersten. Bei Schalke hat das ja nicht irgendwie hingekriegt. Deswegen wurde er ja auch dann verkauft. Er war ja oft verliehen und so. Aber hatte sich eben noch, äh, finden müssen, dann bei Holstein Kiel die Chance in der zweiten gesehen auch hinbekommen. Und jetzt ist quasi die nächste Stufe angesagt bei Herra in der ersten Bundesliga. Ja, wir kommen, sag ich, schon mal im Voraus. Und wir werden sehen, ob er dann auch, äh, im Sommer einschlägt. Ja, die Truppe, unsere Hertha, ist jetzt auf dem Weg nach Amerika, USA, Trainingslager. Gute Reise, sag ich mal, und viel Spaß und schwitzt mal schön. Da wird man sehen, was es zu berichten geht. Ja, vier Spieler, glaube ich, aus den, äh, unteren Reihen, äh, U23 und ich weiß nicht, ob auch noch in der U19 oder so, sind ja da auch bei und, äh, können sich dem, den Schwarz, dem Trainer, äh, äh, ich sag mal, vorstellig werden. Und mit Leistung, ähm, aufwarten. Also, will sagen, der, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass der, ähm, Ulrich dabei ist, ja, und der ist ja eh schon im Gespräch. Vielleicht hat er dann einen richtigen Bezug zur Truppe bekommen, wenn er wiederkommt und, ähm, wird uns dann verstärken in der Abwehr. Ja, ja, das wäre cool. Also, ich freue mich, wenn es da gut läuft und man Positives von Hertha hören sollte. Guter Letzt habe ich noch einen kleinen Schmankerl, La Paluma, denn es geht ja darum, dass der Freddy Bobic, ja, äh, mit dem DFB kuschelt. Und, äh, ich glaube, alle nehmen fest an, dass er, wenn es geäbnet ist, dort, äh, den Verein vielleicht, ja, doch, nicht vielleicht, ich sag jetzt mal, verlassen wird im Sommer und seine Position, ja, dann neu zu besetzen ist. Jetzt sagt man, dass intern diese Position vergeben werden soll, ja, neu vergeben werden. Also, intern will Hertha das regeln, ja, so steht das, ähm, habe ich gelesen, Medien berichten. Und schon heißt es, Kevin Prince-Boateng könnte vielleicht da reinrücken. Was sagt ihr denn dazu? Ähm, naja, ich meine Manager, vielleicht erst Sportdirektor erstmal, ja, so wie, äh, der Friedrich, äh, vielleicht da beginnen. Er hat ja, äh, sehr viel Spielerfahrung, naja, der hat ja eine steile Karriere gehabt, der Boateng und, äh, in verschiedenen Ländern gespielt mit ganz Großen, ja, ganz Großen. Und ich nehme mal an, dass schon allein in seinem Handy die ein oder andere geile Nummer drin steht, ja, Verbindung, ja, und das könnte natürlich sehr hilfreich sein, wenn man den Posten, äh, bei Hertha bekleiden sollte, ja, also Connections, Vitamin B, also A und O in der Liga, auch ins Ausland. Und, äh, da könnte der Prinz ja absolut, äh, brillieren und hätte da auf alle Fälle schon mal einen großen Vorteil. Okay. Es ist jetzt nur die Frage, hat er auch Lust, in diesen Bereich reinzugehen oder vielleicht doch mehr Trainer zu werden. Aber ich denke mal schon, dass er so in diesem Style-Management-Coach, also bestimmt, ähm, nach seiner Karriere, die er im Sommer ja auch dann auch ausläuft, reinrutschen will. Also, äh, er ist ein smarter Typ, er, er bindet Menschen, er bindet die Fans, er hat auch, ich habe ihn in vielen Interviews gesehen, auch in, 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 so, äh, Sport, Sendungen, hat er immer ein gutes, ähm, Bild abgegeben. Ähm, auch, äh, ja, es kam jetzt, äh, nicht, 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 nicht doof rüber. Also, er kann sich auch artikulieren und, naja, wenn ich so andere Vereine sehe, mein Gott, das, ich meine, die meisten Manager kommen ja auch aus dem, aus dem eigenen, ähm, Fußball, äh, Betrieb, sag ich mal. Ja, ja, Quatsch, aus der Fußballkarriere, die dann geendet ist und dann ins Management, Preetz, sag ich ja zum Beispiel, ja, auch. Und warum sollte nicht der, äh, Boateng das vielleicht auch hinkriegen? Er ist ein Berliner, er ist Wellinger, er, er kennt die Stadt, er liebt die Stadt, er wird von viel vergöttert, ähm, er hat eine Marke und, ähm, das könnte Hertha gut tun. Vielleicht nach Kai Bernstein, ja, vielleicht auch dann im Anschluss eine Kevin-Prinz-Boateng-Geschichte mit Hertha. Und ich finde das irgendwie schon sehr, sehr, sehr nice, ja. Das, äh, würde auf alle Fälle dieses Ich-Gefühl, dieses Vereinsgefühl stärken, ja. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen Geplausche, ist ja ganz richtig, äh, man weiß ja aber auch nie, was hinter verschlossenen Türen, hinterm Vorhang so passiert. Vielleicht gibt es da schon eine kleine Einarbeitung oder so, hm, 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 keiner weiß es. Aber es wird so ein bisschen gemunkelt, dass das auf alle Fälle intern geregelt werden soll. Und, naja, vielleicht geht das da auch in diese Richtung. Hm, hm, vielleicht ist das jetzt hier dieser Anstoß, den ich, äh, mal rausschicke in die Berliner Hertha-Welt. Okay, ja, mal sehen. Aber ich finde die Idee super, also es teilen einige diese Idee, nicht jetzt nur ich. Und, ähm, es wird schon auch gut darüber geredet. Mal sehen. Mal sehen, was da passiert, ob der Prinz den Thron dann von dem Bobic besteigt. Wäre eine geile Geschichte, jedenfalls auch für Berlin. Gut, Leute, das waren mal wieder so drei Dinge, die ich hier rausgehauen habe. Wir hören uns dann bald wieder. Bleibt gesund, bleibt sportlich. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.